So, hier sind wir nun also. Ja, schauen wir uns zu... Ach, guck mal, da sind sie am Schaukeln. Mich gerade schon kurz erschreckt. Näher kann ich nicht ran. Okay, dann gucken wir doch mal. Achso, das sind die da hinten, ne? Okay, wow. Der kann aber... Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt müssen wir also... Ja, Mann, Mann. Ist Mark going to be okay? We're not lucky out there. It would have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? We have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky, too. Ever since I met you, I've had good luck. So don't worry. Okay. What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will never get back to how they were? Um... Yeah, I'm not sure when. One day, things have got to get back to normal. That's good. I hope it's soon. Yeah, me too. No worries. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. All right, Clint. That's enough for now. Okay. Thanks, for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Doug. Don't pop a gasket. Ah, wir haben sie gepusht. So, was macht... Hallo? Nicht so nah an den Zaun. Hey. Hey, Lee. Found anything interesting? I'm just trying to make sure this place is secure. In case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods. Seems pretty safe. Good to know. Keep your ears open for anything else that might help us. Did Duck and Katja get here okay? No, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. If everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. That's funny. He didn't seem too worried about Duck when Larry wanted to throw him out into the street back in Macon. That's in the past, Kenny. Lots happened since then. Yeah, right. How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking. Cold sweats. Thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah. But I'm not just talking about one meal, you know? I guess, uh, Lily isn't too thrilled about being here? I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food. And I'm not about to sit around that motor end and watch him go hungry. You're with me on this, right? Ah. Yeah, of course. Lily's judgment is clouded. But you've got a pretty clear head about these things. I'm gonna go have a look around. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It would be a good opportunity to find out a bit more about the St. John's and their relationship with those bandits or whatever. Right. That's what I'm gonna find out. If I just read it correctly, ne? If I just read it correctly. Also, es tut mir leid. Ich bin noch ein bisschen krank. Kurt man, wahrscheinlich. Deswegen. Ah, dann läufst du jetzt aber nicht hin, oder? Na, dann bleib hier. Oh. Hell yeah. Hell yeah. Äh, nicht jetzt. Bleib bitte da. Ich wollte mir das Haus angucken. Ach, dann halt nicht. So. Haus. Schnarrig. Wo willst du denn hin? Ich hoffe, Mark ist okay in there. Ja, ich hoffe auch mal. Aber was haben wir da? Ui. Es sah jetzt aber nicht so aus. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Da hinten sitzen... Ach so, der... Der Dings und der Dungs. Ne, der Dings und die Dungs. Elektrozaun. Ich glaube, Mark und ich waren glücklich, dass wir das Ding nicht mehr touchten, als es kam. Ja, das hattet ihr wohl. Super. So, ist denn hier noch irgendwas... Exit. Es sieht aber auch sehr unsicher aus. Und da kann man ja einfach mal den Stecker ziehen, wenn es vorbei ist. Dann ziehen kann es da. Da ist auch noch was. Sie schicken Gasoline all over the property. Keine Mail kommen in oder raus sind diese Tage. Zumindest müssen sie nicht mehr über die Bill-Kollektoren bemerken. Wenigstens hat man hier ein bisschen was zu lachen. An den harten Tagen. Der Zombie-Apokalypse. So, dann gehen wir mal zu den beiden da. Beziehungsweise gucken, vielleicht haben wir hier noch mehr Möglichkeiten. Da siehst du. Was haben wir da? A-Korn-Feld. So, sonst scheint hier aber nicht mehr... Hier ist noch was. Heuballen? Na? Entschuldigung, dass ich so viel huste, aber ich bin echt noch krank. Nehme jetzt hier aber gerade nochmal auf, damit ihr auch was zu gucken habt. Ähm, ja. So, dann gucken wir uns nochmal diesen Pavillon hier an. Schnarrig. Oh, jetzt kommen wir hier mit den beiden reden. Okay, wir haben jetzt Zeit. Ich verstehe, du und Kenny habt euch nicht vertragen. Was hältst du davon, das Hotel zu verlassen? Was dein Dad angeht. Fangen wir mal oben ein. Take it you and Kenny didn't exactly make up on the way here. Ich versuche, zu sehen Dinge aus seinem Punkt zu sehen. Having eine Frau und ein Kind und alles. Aber es geht mit deinem Familie zu leben ist ziemlich schrecklich, wenn du mich fragen. Hey, danke für mich auf den Motel zu retten. Ich weiß, dass ich auf dich ziemlich hart aufgehalten habe, aber du bist mit der Art und Weise, wie ich das mache, nicht? Du bist ein guter Leiter-Leiter-Leiter. Kenny ist zu emotional, aber seine Intenten sind in den richtigen Platz. Also, es wäre gut für uns alle, wenn ihr zwei zusammenarbeiten könnt, versuchen wir zusammen zu arbeiten. Hey. Wie fühlst du mit dem Motel in? Es ist ein WELCOME-CHANGE-SENERY. Ich weiß nicht, wenn wir nur wo wir waren, dann Mark würde nicht enden mit einem Ereignen in seinen Schultern. Hey, um, kann ich mit dir in private für einen Moment reden? Okay. Es hat drei Monate. Ihr Vater immer noch mich wie ich bin, wie ich ein Kind von Arschle. Ja, aber nicht erwarten, dass sich das ändert. Das ist einfach so, wie er ist. Das ist einfach so, wie ich bin, 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 wie ich bin. Und das geht both ways. So, yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So, don't judge him. Don't judge me for sticking by him. He's my dad. Und ich liebe ihn. Okay. Das erklärt natürlich ein bisschen was. Think our little arrangement with them was a good idea? A little late to be asking that now, don't you think? Dad's right. Let's just wait for dinner. And then if Mark is feeling up to it, we leave. I don't want to push our luck here. Now, now, let's not be hasty. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Mhm. So, sonst haben wir hier nichts mehr. Dann werden wir mal wieder zu den beiden netten Herren gehen. Und, ähm, ja. Das Banditenlager suchen. So, Stimme bleibt bei mir. Ach, da sind wir schon. Ähm, klick. Los geht's. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Are you going now? Yeah. I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. Jetzt ist bestimmt wieder spannend hier. Da passiert doch jetzt wieder was. Schleiche dich an das Cam. Kann ich, ich kann nur W drücken. Ja, wirklich nur W. Noch nicht mal zurück. Okay, bereit machen Stefan. Ach, süße Bettwäsche. Das haben sie ja schön übersetzt, also es ist keine offizielle Übersetzung muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Also kann ich noch was schief gehen. Ja, ich antworte dir einfach mal nicht. Okay. Mein Gott, ich dachte jetzt gerade schon. Krass. So. Ähm. Okay, Zelt. Irgendjemand drin, ja hätte schon Bescheid gesagt. Was haben wir denn da? Kamera. Lass mal kurz in die Kiste gucken. Und dann die Kamera. Das wird jetzt spannend, du. Sieht aus wie die von Nils. Der scheint ja nicht gerade begeistert darüber zu sein. Der scheint ja irgendwie... Irgendwie vertraue ich dem gerade nicht so richtig. Das ist irgendwie komisch. Nur Wasser. Wo ist der denn jetzt hin? Juck. Das ist nicht gut. Da ist er. Der verhält sich gerade leicht komisch, das gefällt mir nicht. Aber sonst ist doch hier nichts mehr. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Na, das habe ich schon angeguckt. Hm. Leg doch nicht die Waffe weg. Foto. Oh je. Sieht aus wie... Eine Mutter mit ihrem Kind. Und... Da ist ein Kind, die in diesem. Es war mehr so. Ah, Mann. Ähm. Das... 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 Das...